Auf ein neues. Irgendwann muss das doch mal funktionieren. Wir probieren es mal so. Warte mal. Kann ich nicht irgendwie. Gibt es da keine Dings drin mehr? Dass ich die direkt hinzu enttöten kann? Ich versuche gerade was. Aber ich glaube es gibt noch nicht. Es gab mal einen links dran, dass ich, äh, dass man direkt auf, direkt töten kann, wenn man die Objekt 3 ist. Na ja, probieren wir es nochmal. Ich hoffe, dass ich wieder irgendwie eine Taschenlampe zu sehen ist. Na, das ist schade. Die wollen alle nicht mit mir gegen mich spielen. Und es ist schade. Das ist schade. Ich weiß nicht, dass man da bis zu fahren. Ich weiß nicht. Hm. Hm. Es ist scheinbar keine Taschenlampe dabei. Gott sei Dank. Ich hab gerade so ein bisschen paar Rassvoll-Scheiß-Taschenlampen. Aber mal gucken. Hm. Teilweise verlüftige Map und keine Taschenlampe. Bitte. Hm. Vielen Dank. Na ja, schauen wir mal. Das kann nur gut werden. Oh, Moment. Okay. Ich habe mir jetzt gerade nicht viel, die Map. Mal gucken. Weißt du, was heute wieder wird? Da ist keiner. Da hat sich auch schon einer verraten. Da hat er zumindest mal der erste angehittet. Ja, genau. Ich weiß nicht, dass sie genau die Ecke mitgenommen hat. Okay. Hm. Komm mal her, hier. Das ist schön, dass ich den jetzt hatte. Den hat der jetzt gar nicht mitbekommen, den hab ich schön vom Generator gezogen. Boah, da hab ich nicht gar nicht wirklich gut. Ich versuchte zu fürchten, okay? Really? Komm mal her, mein Freund. Du bist hier tot. Jawohl, ja. Den ersten hab ich. So, er ist tot. Na ja, besser als gar nichts. Besser als ja auch nichts. Der war auch tatsächlich sehr, sehr unvorsichtig. Der hat nämlich schön mit dem Rücken zu mir gestanden, ne Weile. What the fuck. Und ich hab mich noch nicht mal hochgepusht. Noch gar nichts. Oh, wo sind die denn hin? Ich hab immer schon die Besessenheit tot. Das ist gar nicht mehr so unwichtig. Nein, der vier wird schwierig werden. Aber vielleicht noch einen zweiten. Mit ein bisschen Glück. Nein, der vier wird schwierig werden. Ja. Wird da klappen können. Ja. 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 what the fuck ich höre doch hier na zwei wäre besser als gar nichts schade ich dachte ich würde sie doch holen scheiße ich würde sie grad holen jawoll Nummer 2 ist auch tot sehr unvorsichtig na hinten haben wir einen Ausgang oder die Luke na ja wahrscheinlich haben wir einen Ausgang hinten aber es ist immer nicht so erfolgreicher als jeden wo sie so spielt ja jetzt sie geht auf die Luke jetzt wollte ich mich sehen sie nicht kein Knüsse hat sie es waren sogar drei am Ende wo ist sie denn da der sehr unvorsichtig gute gute aber wenigstens drei wenigstens drei und das waren schon mal wieder welche mit etwas niedrigen Level na der eine ist einfach rausgegangen aber das ist halt nöt gut ein Hit legen die ich war da nie diesmal dabei gehabt 15er 16er ja ok der einzige der rausgekommen ist ist der 20er die 1 und 3 habe ich die 1 und 3 hatte ich nur er nicht der 20er der hat sich verzogen aber auf einmal hatten sie keine Taschenlampe mehr und dann funktionierte das ganze na gut na gut hm na ja na ja aber wenigstens ist ja nicht mal eine Killerrunde mit der ich mal arbeiten konnte ja